Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bekomme immer wieder Kommentare unter meinen Videos, dass Elektroautos keine Zukunft haben und die Begründungen dafür, sofern denn überhaupt welche in diesen Kommentaren stehen, reichen von zu wenig Strom, zu wenig Rohstoffe oder zu wenig Reichweite bis hin zu, die will eh keiner haben. Und so manche aktuelle Pressemeldung scheint dem letzten Argument eventuell sogar recht zu geben. VW baut Stellen bei der E-Auto-Produktion ab, Tesla verfehlt das Absatzziel im dritten Quartal, Fiat legt eine Produktionspause wegen geringer Nachfrage ein. Geht also der Verkauf von E-Autos jetzt immer weiter zurück und alle waren wir auf dem Holzweg? Also ich glaube, niemand, der mit offenen Augen durch die Welt läuft, kann daran zweifeln, dass die Zukunft der Mobilität elektrisch ist. Zukunft findet ja nicht nur in Deutschland oder nur in Europa statt. Die Zukunft wird auf der ganzen Welt bestimmt. Ich liefere euch hier in diesem Video mal ein paar Zahlen vom Markt der E-Autos und zwar weltweit. Und ich kann so viel schon mal vorweg sagen, die Disruption des Verbrenners ist in vollem Gange. Außerdem klären wir zum Schluss des Videos natürlich noch die Frage, welches die Top 7 der beliebtesten Elektroautos bei uns in Deutschland sind. Es wird also wieder spannend, deswegen unbedingt dranbleiben. Zugegeben, wir müssen nicht die knappe Milliarde Autos auf der Welt 1 zu 1 durch E-Autos ersetzen. Im Gegenteil, wir sollten die Menge langfristig reduzieren. Aber das klappt vielleicht nicht so ganz. Bis jetzt macht es jedenfalls nicht den Eindruck. Die Verbrennung von Öl, nur um sich fortzubewegen, ist einfach kein Zukunftsmodell. Die Internationale Energieagentur, IEA, hat mal prognostiziert, dass der Übergang von Verbrennungsmotoren zu Elektroautos die weltweite Ölnachfrage um mindestens 5 Millionen Barrel reduzieren wird. Pro Tag. Im letzten Jahr 2022 sind weltweit 73,8 Millionen Fahrzeuge verkauft worden. Davon waren 10,5 Millionen Elektroautos, inklusive Plug-ins. Das sind ganze 14,2%. Schauen wir doch mal 5 Jahre zurück. Nur 1 von 70 verkauften Autos im Jahr 2017 war ein Elektroauto. Heute ist 1 von 7 verkauften Autos ein E-Auto. Bei dieser Entwicklung, da werden Elektroautos am Ende diesen Jahres 2023 weltweit schon 18% der Autoverkäufe ausmachen. Und der Anstieg geht sogar beschleunigt weiter. In dieser Grafik könnt ihr die Entwicklung des weltweiten Absatzes von Elektroautos von 2013 bis 2022 sehr schön sehen. Wir befinden uns immer noch auf einer exponentiell wachsenden Kurve. Daran können auch kurzfristige Schwankungen bei den Verkäufen einzelner Hersteller nichts ändern. China, die EU und die USA, das sind die Regionen, die den globalen Markt für Elektroautos dominieren. Im Jahr 2022 wurden dort etwa 95% der weltweiten Verkäufe von Elektroautos verzeichnet. In Schwellen- und Entwicklungsländern, da werden bis jetzt kaum E-Autos verkauft. Das wird auch gerne als Totschlag-Argument gegen die Elektromobilität genannt. Nach dem Motto, in den ärmeren Ländern findet E-Mobilität sowieso nie statt. Dabei übersehen die Kritiker aber, dass es dort zwar nicht Autos sind, die die Elektrowende vorantreiben, stattdessen aber andere Fahrzeuge. In den meisten dieser Länder übersteigt zum Beispiel die Anzahl der elektrischen Zwei- oder Dreiradfahrzeuge, die der Autos, nämlich bei weitem. So war in Indien zum Beispiel über 50% der Dreiradzulassungen im Jahr 2022 elektrisch. Ihr kennt ja vielleicht diese Dreiräder mit Dach, da fahren ja in Indien Millionen von rum. Das ist also die Elektrorevolution von unten. Und was ist das meistverkaufte Elektroauto der Welt? Das ist immer noch das Tesla Model Y, denn das wurde weltweit in diesem Jahr am häufigsten neu zugelassen. Tesla besetzt mit dem Model 3 auch das am zweitbesten verkaufte Elektroauto, zumindest bis zum zweiten Quartal 2023. Danach brach das Model 3 ein, weil scheinbar sehr viele potenzielle Käufer auf das Highland-Update gewartet haben. Die asiatischen Marken, insbesondere BYD, sind Tesla übrigens dicht auf den Fersen. Und BYD hat als Hersteller Tesla inzwischen beim weltweiten Volumen überholt. Hier zeige ich euch mal die 10 meistverkauften Elektromodelle bis zum ersten Quartal 2023. Und da könnt ihr mal sehen, Platz 3, 4, 5 und 6 belegen Modelle von BYD. Erschreckend hierbei ist, unter den 10 meistverkauften Modellen war mit dem VW ID.4 nur ein einziger Vertreter eines europäischen Autoherstellers dabei. Apropos Hersteller. Hier seht ihr mal eine Grafik mit den 10 größten Herstellern von E-Autos weltweit. Wie gesagt, bis Ende 2022 und BYD ist mittlerweile ganz vorne. Seit 2023 führen die Chinesen den Markt weltweit also ganz klar an. Aber auch das Land selbst ist ganz weit vorne. Mehr als die Hälfte aller bisher weltweit zugelassenen Elektroautos befinden sich in China. Und alleine 2022 war China für 60% der weltweiten Elektroautoverkäufe verantwortlich. Tatsächlich erreicht der Anteil der Verkäufe dort aktuell fast 20% der Neuzulassungen. BYD ist in China unangefochten die Nummer 1 aller Hersteller. Die haben über 224.000 reine Elektroautos in China verkauft. Tesla folgt nicht dahinter mit 137.000 Einheiten. Die Zahlen stammen übrigens aus dem ersten Quartal 2023, also dem ersten Vierteljahr. Und wie läuft's im zweitgrößten E-Automarkt der Welt, den USA? Die Einführung von Elektroautos geht dort ebenfalls schneller vonstatten, als wir alle vorhergesagt haben. Der Absatz in den USA hat im ersten Quartal 2023 nämlich einen Rekordhoch erreicht. Über 320.000 Elektroautos wurden in diesem Zeitraum verkauft. Was ein Anstieg von 60% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht. Tesla hat dabei übrigens einen massiven Anteil von 75%. Ganz klar, als US-Hersteller ist das irgendwie logisch. Kommen wir dann jetzt also mal zu Europa. Im ersten Quartal 2023 stiegen hier die Verkäufe von Elektroautos zwar auch, aber verglichen mit den riesigen Steigerungsraten aus den USA und China, da wirken die 10% Steigerung in Europa geradezu mickrig. Die Zahlen beziehen sich jeweils auf den Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2022. Unterscheiden sich in Europa denn die verkauften Marken vom Rest der Welt? Ja und nein, denn auch hier ist das meistverkaufte Elektroauto das Tesla Model Y. Aber immerhin, die restlichen Modelle sind sehr vielfältig und es ist nur ein Chinese dabei. Kommen wir nochmal kurz zu Norwegen. Norwegen ist ja sowas wie das E-Auto-Musterland. Ab 2025, also in knapp 14 Monaten, dürfen dort keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und wie sieht es da heute mit den Verkäufen aus? Im ersten Quartal 2023 verzeichnete Norwegen den beeindruckenden Marktanteil von 84,5% für Elektroautos bei allen Neuzulassungen. Das Verbot von Verbrennern ist in 14 Monaten also vermutlich nur noch eine Randnotiz, weil bis dahin so gut wie alle Neuwagenkäufer sowieso ein E-Auto wählen. Auf der Grundlage dieser Entwicklung können wir erwarten, dass der Anteil der Elektroautos bei den Neuzulassungen bis Ende 2025 weltweit gesehen auf etwa 25% ansteigen wird. Und was sind jetzt die beliebtesten Autos in Deutschland? Ich habe mal die Neuzulassungszahlen des Kraftfahrtbundesamts angesehen und herausgesucht, welche Elektroautos in Deutschland in den inzwischen ersten drei Quartalen des laufenden Jahres am häufigsten neu zugelassen wurden. Die Liste birgt für euch vielleicht die ein oder andere Überraschung. Siebter Platz, Cupra Born. Ja, in die Top 7 geklettert ist inzwischen der spanische Bruder des VW ID.3 und hat das Tesla Model 3 damit zumindest vorübergehend verdrängt. 12.109 Mal ist das kompakte Elektroauto von Januar bis September in Deutschland zugelassen worden. Sechster Platz, Audi Q4 e-tron. Nach dem verkaufsstarken Start ins Jahr hat das Audi SUV ein wenig an Boden verloren, behauptet sich aber immer noch in der Liste der sieben meist zugelassenen E-Autos. 13.189 Mal wurde der Q4 e-tron bis Ende September neu angemeldet. Fünfter Platz, Skoda Enyaq. Das Kraftfahrtbundesamt fasst die Zulassungszahlen von Enyaq und Enyaq Coupé in einem Wert zusammen und zusammen sind das 14.146 Neuzulassungen. Das gilt wie gesagt bis Ende September beim Modell der tschechischen VW-Tochter. Vierter Platz, Fiat 500e. Die waren auch schon mal auf Platz 1. Aber Ende Mai lag der Fiat noch auf Platz 6 und jetzt ist er wieder auf Platz 4 mit 16.117 Neuzulassungen in den ersten drei Quartalen. Fragt sich nur, ob der 500er diesen Platz bis zum Jahresende wegen der Produktionspause bei Fiat, weil eben die Nachfrage ein bisschen geringer ist, behaupten kann. Werden wir sehen. Dritter Platz, VW ID.3. Nach dem Facelift verkauft sich das kompakte Elektromodell von Volkswagen weiterhin ganz ordentlich und mit bislang 17.995 Neuzulassungen bis einschließlich September kommt der ID.3 damit aufs Treppchen. Zweiter Platz, VW ID.4 ID.5. Auch Platz 2 geht an die Wolfsburger. Wie beim Enyaq werden vom KBA der ID.4 und der ID.5 mit dem Coupé-Hack als ein gemeinsames Modell geführt. 29.353 Mal wurden die beiden Autos in Deutschland in diesem Jahr neu zugelassen. Das reicht zwar locker für Platz 2, ist vom Spitzenrang aber doch noch ein gutes Stück entfernt. Und der geht nämlich als Platz 1 an das Tesla Model Y. Nach wie vor ist das Model Y das am häufigsten ausgelieferte Modell des US-Herstellers. Zwar ist es das einzige Modell einer nicht-europäischen Marke in dieser Top-Liste, allerdings rollen die Fahrzeuge inzwischen größtenteils aus Deutschland, nämlich Grünheide, vom Band. 38.608 Neuzulassungen in den ersten drei Quartalen lassen stark davon ausgehen, dass das Model Y auch im Gesamtjahr 2023 in Deutschland das meist zugelassene Elektromodell sein wird. So wie schon 2022. Und auch weltweit. Betrachtet man die Gesamtzahl der in Deutschland bis Ende 2022 zugelassenen Fahrzeuge, also alle Autos, das sind nämlich 48,5 Millionen, ist der Anteil der alternativen Antriebe aber immer noch verschwindend gering. Elektroautos machen derzeit gerade mal 2,1 Prozent aus. Da ist also noch jede Menge Luft nach oben. Trotzdem zeigt der kontinuierliche Anstieg der Zulassungszahlen elektrischer Autos auch in Deutschland, dass die Automobilindustrie hier auf einem guten Weg ist, um sich an die globale Entwicklung anzupassen. Und immerhin in der Top 7 sind fünf Modelle aus dem VW-Konzern. Die Zukunft wird zeigen, ob Deutschland den Anschluss an die internationalen Marktführer wie China und die USA halten kann und welche Modelle in den kommenden Jahren bei den Käufern an Beliebtheit gewinnen oder verlieren. Das Wichtigste ist eigentlich etwas anderes. Man sieht die Autos jetzt so langsam deutlich im Straßenverkehr. Okay, ein ID.4 erkennt fast niemand, weil er einfach genauso aussieht wie sein Verbrenner-Pendant. Manche wissen das natürlich, aber eben längst nicht alle. Aber bei einem Tesla oder einem ID.3, da weiß man, das ist ein E-Auto. Und die sieht man inzwischen so häufig, dass das vielleicht der tägliche Aha-Moment wird, der kleine Pieks, den die eisenharten Diesel-Dieters brauchen, um zu verstehen, wenn die Dinger so oft rumfahren, dann muss das ja irgendwie funktionieren. Soviel zu den weltweiten Zahlen in der Elektromobilität. Ich denke, die Zukunft ist klar und zwar elektrisch. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.